Musik Ich glaube, es ist eine wirklich gute Plattform für die Jungen, den olympischen Gedanken kennenzulernen, die Werte, die Olympia weitergibt. Und ich glaube, das kann man in diesem Rahmen sehr gut machen. Im eigenen Land ist es noch einmal ein Ansporn mehr, glaube ich, auch für die Sportlerinnen und Sportler, sich da auch vielleicht über das bisher erreichte Maß hinaus zu steigern und für Österreich eine Medaille zu erringen. Daher bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass das sehr erfolgreiche Spiele auch für uns werden. Die Venues sind startbereit und das gibt ein sehr gutes Gefühl, weil man weiß, da ist die Vorbereitung so professionell abgelaufen, dass auch das schon bereit ist und nicht einmal beim Ersten, der das erste Mal startet, noch aus der Venues. Ja, Austria's reputation for winter sports excellence is known right throughout the world. And then to have Liechtenstein as a partner, it's fantastic for both countries. And when I see how the teams are working together in a very good spirit of cooperation. Musik